Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Mädels, habt ihr das mitgekriegt? Ja, klar doch. Irgendwas stimmt nicht. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Aber wir brauchen Unterstützung. Signal an den Mann. Ja, ja, ja! Hau sie vor! Oh, oh. Sie sieht uns an. Was hat sie gesagt? Was? Oh, sorry, Sir. Niemand hat zugehört. Muss der Müll noch raus? War die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal. Ah. Und? Riley, wie war die neue Schule? Oh, das ist doch so spannend. Dafür haben wir den brasilianischen Piloten observiert. Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist da alles in Ordnung? Sir, sie hat einfach die Augen verdreht. Na schön. Ein kleiner Schuss von Bug. Ich will nicht gleich ein Machtwort sprechen. Nein, kein Machtwort. Riley, dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton, Alter. Nein, nein, nein. Ruhig atmen. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. Sir, melde hohe Aggressionsschwerte. Höchste Alarmbereitschaft. Alarmstufe hoch. Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Papsch? Ja? Weißt du, weißt du... Machtwort vorbereiten. Schlüssel auf Sicherheitsposition. Bereit zum Start. Auf Ihr Kommando, Sir. Oh Mann, nerv mich nicht. Feuer. Jetzt reicht's. Auf dein Zimmer. Machtwort gesprochen. Machtwort gesprochen. Ja. Gute Arbeit, gentlemen. Haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja mal eine Katastrophe. Komm, flieg mit mir, Katrinja. Alles steht Kopf.